Yo, willkommen zurück bei Yenasy Royos 7 oder 7 wie es erwollt. Wir sind hier mit Huang Zhang, ein guter Burgenschützer. Und wem haben wir denn alles hier? Einmal der Machao, so wie ich hier von den entfernen sehe. Der Zhuge Liang. Und das war's eigentlich, oder? Ja, das war's. Also, gehen wir mal zu den Jungs. Ich bin zu dem Lord Liu Bei, um mich zu nehmen. Ich werde, was ich muss, um dir zu helfen. Alles klar, das war's, was du geredet hast. Dankeschön. Was mit dir? Jetzt, dass unser Lord ein Land seiner eigenen Land hat, ist die Morale hoch zwischen den Menschen. Ja. Wenn wir diese Krieg gewinnen, werden wir so viel näher sein, um das Land zu unternommen. Okay. Das war's. Mehr Licht. Alles klar, dann. Ah, den habe ich schon mal gesehen. Der Wei Yan. Liu Bei. Gain land. People happy. Ja, das ist auch so. Ich kämpfe. Protekt. Liu Bei. Jupp. Alles klar. Schön dann. Die machen schön Training. Sehr interessant, wie die Training machen. Sehr schön, wie die trainieren. Das ist krass. Ja. Ja. Wir gehen zurück wieder in den Schlacht. Ich zeige euch allen, dass ich noch was es braucht. Ich mache alles, was notwendig ist, um diese Land zu schützen. Los geht's. Beginn den Weg. Entstanden. Vorher. Ich möchte die Weg. Nie ohne sie. Ich mache es nicht mehr. Tut es anfänglich. Das ist alles. Ich kann es angeblichen Waldstern zu den Schlacht. Das ist das. Das ist doch sehr. Ich bin glücklich! Meine Bladen gehört jetzt zum Lord View Bay. Er hat seine Vision. Er wird durchschnittlich durchschnittlich. Der Krieg ist da. In diesem Fall, das ist wo ich muss sein. Meine Freunde sind in need. Get over and help them at once. Meine Freunde sind in need. Ich werde zurück. Remember das. Für deine ist der erste Hand, ich werde sehen. Ich habe mich nicht mehr an diesen Krieg in den Jahren verloren. Streich! So würdest du mich in der Krieg bewegen? Sehr gut. Guck und glühen! Die Arrows schämen mich auf dich! Ich werde zurück. Remember das. Für deine ist der erste Hand, ich werde sehen. Ja, komm wieder. Reichen. Sieht aber so geil aus. Die Moves sind einfach nur genial. Die Moves sind einfach nur genial. Sie haben ihre Reputation. Such ein Display will boost the morale of our troops. So, was am I gonna do with you? Oh, boy, aren't you a tough one. My skills are always unmatched. I've more than earned my reputation. Nobody gets the upper hand on me. We shouldn't drive the men too far. Nice work, everybody. Now fall back. I have lost count of these enemy officers over the years. You have truly earned your reputation. Such a Display will boost the morale of our troops. We should return. Remember that. For yours is the first head I shall see. an ahead person. The lower leg. One leg. One leg. Four leg. One leg. One leg. Your example is a powerful motivation to us all. We have Mount Ding-Juin surrounded. Launch the attack! All units, we must hold out until an opening presents itself. I hope you realize you have no chance of victory. Enemy supply depots have been discovered on Mount Tiang Dan. Lord Yan Yan is leading a unit there now. If we can burn their supplies, the enemy will despair. We should assist Lord Yan Yan. The success of my battle plan depends on your performance. You have truly earned your reputation. Such a display will boost the morale of our troops. You have truly earned your reputation. Such a display will boost the morale of our troops. You think you can outsmart me? Don't make me laugh. Alles wert. Make the fire. I can't believe I've lost to someone as strong as you. I have lost count of these enemy officers over the years. They're after our supplies. Not on my watch. I'm still with a bonus a match. So, what am I gonna do with you? How could I lose to that old man? I'm off my game. Not bad, youngster. But it'll be a while before you can match me. I have lost count of these enemy officers over the years. This one is heroic. I guess I need to pick up the pace. You will learn to regret this moment. I have lost count of these enemy officers over the years. Don't give up yet. We are very close to victory. So let's get started, guys! Let's get into this! We are now on the victory! Once we secure Han Chong, Lord Guan Yu should attack Xu Chong. Waffe mich jetzt, für die Glückwunsch! Ich hätte nie gedacht, dass ich einen so großen Krieg habe. Ich muss wegwerfen. Das ist nicht der Ende. Ich habe über die Jahre über diese Anwälte verloren verloren. Wo wird der eine hin? Wo wird der hin? Ja, Mann! Komm her! Ja! Ich werde zurück. . . . . . . . . . Oh ja, das hast du sehr schön gemacht, Werfema. Ach, ihr zwei. Es ist schon unglaublich, dieser alter Mann, wie viel Ausdauer der noch hat, wie viel Kraft der noch hat. So, ihr seid mein nächster Gegner. Ich werde dich wie alle anderen. An impressive feat. I will have to adapt my tactics to keep up. Ich werde zurück. Remember das. Für euch ist die erste Hände, ich werde sehen. Ich habe in den letzten Jahren verloren. Ein wahrer Krieger. Ihr werdet unsere Honour across the land. Uah! Uah! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das ist ein bisschen anders, denn normalerweise ist es ja ein Kopfband hochgehen bei Teil 6. Jetzt wird es nicht mehr. Jetzt wird es doch voll außen rumlaufen. Das ist doch voll. Das ist doch voll. Alter, hat er Glück, ey! I have lost half of these enemy officers over the years. We have bought another team, retreat! Fight me now, for glory! You saved me, I'm sorry! You, strong, me, stronger! Oh, you just reached another level of brilliance! You, strong, me, stronger! Ah, alles ist weg! Nur noch hier! My skill with the bone is unmet! My skill with the bone is unmet! The situation is dire! I see I have a weapon. Then it would be rude of me not to welcome him. Lord Panjong, the land for which you may be ultimate sacrifice, will soon be real. You think you can outsmart me? Don't make me laugh! Nobody gets the upper hand on me! You have truly earned your reputation! Such a display will boost the morale of our troops! Men, we must hold them back! It's due or die! Watch and learn! The arrows shall rain down upon you! Hmph, last time I act as a decoy. Hey! He runs away fast! I'll say that much! Cao Cao is gone, I see. He said something about being a decoy! Just a bad loser! I hope you are right. Maybe. Lord Guan Yu. At Hangzhong, Cao Cao seemed almost too calm and collected. Zhuge Liang could not help but feel uneasy. With Hangzhong under its control, Xu had stabilized as a country and was gaining momentum. As if in celebration of their good fortune, Guan Yu marched north from Jing and attacked Wei at Fan Castle. If they could bring down Fan Castle, there would be nothing left standing between them and the Han capital of Sheqiang. With everything going so well, there was no reason to expect that their Wu allies would betray them. However, no matter what Zhuge Liang did, his worries could not be eased. Then, as the stage switched to east of Hangzhong at Fan Castle in Jing, waves of emotion flooded over Guan Yu as he gazed upon Fan Castle, where Cao Ren lay in wait. For finally, the dream that Liu Bei had pursued for so many years was about to become a reality. To forge a path to that world of virtue, Guan Yu and his sons would fight to the bitter end. The God of War's battle plan was flawless. That is, until the surprise attack came. In the end of the end TheDS of Warios 7 The End of Wario 7 The End of Wario 7 This is the end of the day Ciao, ciao!